Ich glaube, dass diese Transparenz, nach außen auch schlechte Momente zu kommunizieren, sehr wichtig ist, weil es sollte nie komisch sein, sich mal schlecht zu fühlen. Für mich ist der Frauenfußball der Fußball, in den ich mich persönlich verliebt habe. Ich bin Lena Kassel, ich bin Sportjournalistin und Moderatorin. Heute treffe ich Felicitas Rauch, sie ist Linksverteidigerin und von ihr möchte ich wissen, welche verschiedenen Rollen sie einnimmt und wie sie eigentlich mit dem öffentlichen Druck umgeht. Wichtigste Frage natürlich zuerst, Feli oder Felicitas? Ich bitte um Feli. Ich glaube, meinen Eltern, so viel kann ich sagen, ich bin sehr dankbar für meinen Namen, ich finde auch die Bedeutung dahinter schön, Felicitas, so die Glückliche. Du bist Profifußballerin, du bist Hundemama, du bist kleine Schwester, du bist Tochter. Bei welcher Rolle bist du die authentischste, Feli? Ich glaube, dass ich am authentischsten bei meinen Eltern bin, weil ich da, wenn ich mal schlecht gelaunt bin, das nochmal eher raushängen lassen kann tatsächlich auch, wo ich mir bei meinen Freunden manchmal denke, okay, jetzt straff dich mal kurz so, es wird jetzt auch nicht so schlimm sein. Die Zeiten sind noch sehr kurz, weil ich tendenziell schon jemand bin, der sehr gut gelaunt ist zum größten Teil oder sehr viel, ja, einfach so Lebensfreude auch empfinden darf und empfindet. Aber ich glaube, bei meinen Eltern, die denken manchmal jetzt ein bisschen weniger authentisch, wäre auch schön. Jetzt bist du ja auch eine Person des öffentlichen Lebens, also du bist professionelle Fußballspielerin. Wie ist das für dich als Frau, gerade auch in diesem ja doch immer noch männerdominierten Fußballbereich, spürst du da Druck? Ja, also die Rolle als Sportlerin oder als Fußballerin ist dann irgendwie ein bisschen eine andere. Früher war es so, dass wir weniger mediale Aufmerksamkeit genossen haben und mittlerweile hat sich das einfach gedreht, dass du in der Stadt erkannt wirst, wenn du irgendwie ein Bier trinken gehst, das sehen Leute und die wissen, okay, die Sportlerin, die Feli, die trinkt halt auch mal ein Bier. Ja, mache ich halt auch, aber macht jeder. Und deswegen bin ich mir dessen bewusst. Ich habe zum Beispiel jetzt auch seit einem halben Jahr eine Freundin und habe mir jetzt seit einem halben Jahr überlegt, möchte ich das nach außen zeigen oder nicht. Zum einen ist es bei uns im Frauenfußball relativ normal. Es ist sehr akzeptiert, es ist sehr tolerant, was ich sehr, sehr schön finde. Aber es ist nicht in allen Lebenssituationen oder Umständen oder Konstellationen normal. Und ich bin in so vielen Sachen, wo ich sage, das möchte ich authentisch auf eine Art und Weise nach außen tragen. Warum das nicht? Warum soll ich das den Leuten jetzt nicht erzählen? Deshalb habe ich halt auch gesagt, okay, nee, ich möchte damit nach außen gehen, weil es etwas ist, was mich sehr glücklich macht. Und ich glaube, Liebe ist generell was Schönes und da finde ich das schön, so etwas auch zu teilen, unabhängig davon, dass das jetzt auch eine Frau ist. Wieso ist das im Fußball der Frauen so normal? Und was kann die generelle Gesellschaft sich eventuell auch davon abgucken? Dieser transparente Umgang damit hängt damit zusammen, dass einfach ja diese mediale Berichterstattung nicht so groß war in den vergangenen Jahrzehnten. Und ich glaube, im Männerfußball ist es nochmal auf einem ganz, ganz, ganz anderen Level im Moment, dass Leute immer die Person bewerten möchten. Was im Frauenfußball, glaube ich, eher weniger der Fall war und auch ist. Und ich hoffe, dass das auch einfach so bleibt. Deshalb ist das auch einer der Gründe, weshalb ich mich dazu entschieden habe, das nach außen zu kommunizieren, weil ich halt auch möchte, dass das so transparent und ehrlich einfach bleibt, dass das nicht verloren geht, auch wenn die mediale Berichterstattung wächst, dass ich für sorgen kann mit meiner Person, dass Leute keine Angst haben müssen, irgendwie zu kommunizieren, wen sie gerade lieben oder was sie gerade fühlen. Wenn sie mal nicht gut geht, genau das gleiche Thema. Burnout, Depression, schlechte Phasen oder sowas alles, dass Leute nie das Gefühl haben, okay, damit kann ich jetzt gerade mit gar keinem drüber reden, weil das wird direkt bewertet und nachher irgendwie spiele ich nicht, weil irgendwas zu angreifbar von mir ist, was ich preisgegeben habe. Inwiefern begreifst du dich da auch als Vorbild? Tatsächlich hat es relativ lange gedauert, weil ich tendenziell jemand bin, der sehr bescheiden ist oder auch nach außen hin mir das nie so bewusst war, okay, ich spiele jetzt gerade Fußball, ich kann davon gerade leben und für mich war immer nur, ich spiele eigentlich gerade Fußball, was mache ich eigentlich gerade so. Und ich glaube, da habe ich so in den letzten Jahren mich selber besser kennengelernt und das finde ich schön, da zum Teil die eigenen Erfahrungen den Kids mitzugeben, aber auch einfach greifbar für Personen zu sein, identifizierbar einfach zu sein. Was würdest du dir für zukünftige Frauen- und Fußballerinnen-Generationen wünschen? Ich würde mir wünschen, dass sie ihren Sport immer mit Spaß machen können, weil ich glaube, das ist die Basis von allem, dass du Spaß an deinem Job hast und dass es normal ist, dass Mädchen Fußball spielen, dass sie sich keine doofen Sprüche auf dem Schulhof oder auch von anderen anhören müssen, dass es normal ist, dass jeder seinem Hobby nachgehen kann. Aber auch, dass die Bedingungen so geschaffen sind, dass da keine Unterschiede gemacht werden, ob da jetzt eine Mädchenmannschaft trainiert oder eine Jungsmannschaft. Aber auch, dass das eine Jungsmannschaft sehr wahrscheinlich auch Herr var. Untertitelung des ZDF, 2020